hallo mein lieben und willkommen zu einem neuen video und oh mein gott ich bin so aufgeregt es geht um unsere haustour unser neues zu hause und zwar eine leere haustour sogar noch vor der renovierung beziehungsweise sind wir gerade dabei ihr werdet also bestimmt im video auch ein paar handwerker sehen aber ich würde sagen ich zeige euch noch unser neues haus hier ist die haustür da stand ich ja gerade und dann habt ihr diesen glück hier da wird gerade fleißig gesägt nach rechts gibt es einen richtig schönen hauswirtschaftsraum hier halt ist auch zum glück noch nicht so toll weil hier ist noch ein bisschen was drin hier kommt nachher waschmaschine und trockner und sowas hin und hier natürlich ganz viele regale die werden aber noch ausgetauscht dann geht es weiter hier gegenüber direkt ein ganz kleines gästebau aber super schön gemacht schön hell mit fenster toll hier eine kleine garderoge da kommt einfach im schrank hin so ein kleiner und hier geht es weiter zur küche gerade bis dato aus wir sind sie aber hier auch noch nicht fertig bei der renovierung also zufrieden sind wir nicht so ganz aber da überlegen wir uns auf jeden fall noch was aus der küche raus geht es hier ins wohnzimmer das ist relativ klein und schmal aber es passt auf jeden fall hier sollte das sofa hin fernseher wir haben hier gerade schon die tapete abgekratzt hier sind die männer am sägen und hier haben wir auch noch einen kleinen essbereich dann genau so sieht es hier aus hier in der treppe haben wir noch so einen kleinen abstellraum auch mega praktisch keller haben wir hier leider nicht und dann gibt es hier im endeffekt auch schon die treppe nach oben direkt zur linken seite ist das zimmer unsere kleinste da wird gerade schon fleißig laminat gelegt superschön hell bisschen giebel hier und genau so sieht es hier aus hier wird wie gesagt gerade schon fleißig laminat gelegt hier schlafen mama und papa hier wurde gestern auch noch weitergemacht und zwar ganz viel gespachtelt und jetzt wird hier auch noch weiß gestrichen hier ist bad auch total normal hauptsache dusche und badewanne ist alles vorhanden jetzt zeige ich euch mal was richtig cooles denn wir haben hier oben noch ein dachboden ich glaube so was kennen ja bestimmt ganz viele aber ich würde sagen wir gehen da mal hoch und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was darüber ich gehe jetzt mal hoch mit euch zusammen hier das hier wird nämlich mein büro ist gerade mega im rohbau aber ich zeige es euch einfach mal jetzt stehen wir hier oben in meinem zukünftigen studio und meinem büro das wird halt wirklich nur für instagram und youtube hier mein bereich werden wo ich meine videos filmen kann wo ich auch mein schreibtisch habe etc hier kommt dann ein großer schreibtisch und ich habe ja auch ein richtig großes fenster was schön viel licht macht und hier müssen wir jetzt komplett ausbauen ja hier wird also heute alles gedämmt mit schalung und dann mit regebs dann natürlich gespachtelt und gestrichen kam jetzt gerade schon von unten die erste dämmung ja genau die haben wir nämlich gerade eben schon abgeholt und das wird dann nachher hier alles schön verkleidet ja mein lieben und das war tatsächlich die leere haustour steht hier auf unserer schönen terrasse und ihr könnt gerne auf instagram dabei schauen da kommen nämlich täglich ganz ganz viele updates zum haus und auch eine kleine mini tour durch unser schönes häuschen genau schreibt mir gerne in die kommentare was meint ihr wie viel quadratmeter haben wir bald kommt dazu ein q&a und schreibt mir einfach gerne dazu wie ihr das so findet hier bei uns im neuen haus und bald kommen natürlich dann noch ganz ganz viele einblicke und ganz ganz viele umzugsvlogs ja schon einiges gedreht für euch ich hoffe euch jetzt gefallen und jetzt bis zum nächsten mal